herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier bei holi lol und ihr seht es der alfa ist noch da hallo alfa grüße und falls ihr auch ja hat sie auch zuguckt gerade bitte gerne leiten kommentieren abonnieren ihr könnt im item shop vorbeischauen mein creator code eingeben holi wir können auch kanalmitglied werden um ein twitch account folgen da ist auch unten in der video beschreibung verlinkt wir gehen weiter wir haben gestern ja gespielt die zweiten waren ziemliche cheater und locker aber die ersten die haben wir richtig weggeknüppelten alfa ja weil sie es nicht gesehen habt anschauen los wir spielen gegen jonas und zu ihr du sie wahrscheinlich ich kann sich was sind zu mir doch das doch hier das von ronaldo nie ja ja dachte der konnte sind sie nicht schreiben stimmt ups mich doch nicht durch ja der wollte sich rechnen für mich weil ich den gebrannt habe aber ich habe ihm doch gar nichts getan habe bewusst nicht gekriegt sehr geil auch aber alpha ist ja auch der kommt schön explodiert nein dachte du hast den ball weiter ich habe den susi weggeknüppelt das bleibt jetzt mal wie susi glaubt ich den bus schade schade meine ich jedoch da drauf junge ist denn mit jonas ich muss ich bestimmt seine freunde meinst du nicht möglich jonas susi falls ihr da seht ist ist die susi die freundin von jonas um gott aber ich glaube er ist es ja null liebhaber gibt es ja keine weiblichen auch bestimmt aber das benutzen doch viele jungen oder meinst du ja ich hab doch keiner ja ja ich bin da jetzt nicht so in christiano ronaldo in dem thema drin du hab doch kein favoriten ob ronaldo oder messi und sich immer wer der beste ist dann lieber messi der ist nicht so abgehoben das ist nicht so abgehoben beide sind mir scheißegal nein okay alles gut dann müssen wir jetzt nur drei tor aufruhen geht ja ich verlor natürlich of course hat man die kommentare seid ihr denn er christian ronaldo fans oder er messi kannst du drauf ja station und vor allem die beiden spielen ja jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ewig wer kommt denn danach wer 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 sind denn die neuen ronaldo und messi das ist natürlich die frage ich glaube jeder der eine spanier da der jetzt erst 16 ist ne ja der jaman ja irgendwie so was ja er ist glaube ich so er aber von der der spielt sehr wie 100 indio finde ich früher so ziemlich am fummeln und so ja der hat bei der em eine gute figur gemacht das muss ja sagen okay der und hätten wir noch ein ich weiß gar nicht jetzt wer auch wer auch finde ich relativ stark gespielt hat schnell und auch dass das waren die holländer so generell die habe ich auch gerne aber ich hätte jetzt bis bis auf kackpo hätte ich jetzt kein ich muss mal den namen mal ein bisschen schmunzeln leute das ist so der einzige name mit ich glaube dass somit der einzige name die ich mir groß merken kann bei holland und er kommt ja hier bin ich ja kommen 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 ja ich habe mich nicht bekommen doch der hund scheiße ja ich habe mich gerade gesprungen aber hat mich erwischt ja und ich habe dann zum jonas hin verteidigt jonas die jonas brossers geben so kann die gibt es auch ja ja ich kann nicht weg sind das ist das eine musik ich habe jetzt nicht im kopf ja das ist doch alles brüder ja was ist machen die musik oder was machen die ja okay kannst du dahin ja auch zu langsam ja ich wollte ihn über den über spielt jonas gehen wir nicht auf den keks ja ich habe keine geschwindigkeit da war zu schlecht und schön hast du es ein nächstes mehr war ich mit einem schönen schuss ja war aber kein rage quitt ne weil das spiel hat zu ende so zenten war nämlich jetzt in bank gekriegt von ein paar minuten ich hatte schon mal so eine schöne session als sein dass ich fünf minuten ban hatte an ein zehn minuten dann dann kommt glaube schon 20 minuten und dann doch ich schon jedes mal jedes mal neu spiel und dann nein jedes mal ich hatte weiß nicht am ende irgendwie stundenband oder so da kann man sich auch bei dem spiel ja ja das ist so wie beim glücksspiel freiwilliger band und man irgendwie 24 stunden mehr spielen da ich hatte dass das ging mir so auf dem sack der spiel dann immer toxische maids oder maids nicht losgefahren sind und dann auf und davon das ist einer von twitch ttv nahmen recht wird dadurch spielt jetzt aber auch nicht besser was habe ich jetzt schon gekauft ich habe ein sprung gehabt habe ich nicht ehrlich und meine sprung das hat nicht reagiert das war ein komischer touch solida posten geschossen da wollte ich gerade schießen brauchen da ja man hätte den gehalten ja ich wollte mal was lustiges machen ja wenn ich was lustiges machen begeht das immer in die hose ich dachte nämlich wir wollen gewinnen achso ich wollte was lustiges machen ja das hätte oh 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 das hätt ich mir doch mal eher sein sollen schöner Blick ich habe kein boost ich habe kein boost ich habe kein boost Banksy hat ein tor gemacht Banksy heute sind die namen aber auch wild gerade jonas und susi jetzt Banksy der kommt der kommt der kommt der kommt der kommt ne ich kann mich nicht mehr hängen rechtzeitig schade hat geblockt zieh mich zurück ich weiß nicht ob der hier hat mach mal oh da kommt Banksy ich warte ach schade ich habe einen postenunfall gehabt oh gott zum glück oh bin ich ja schade ja fast willst du ihn nehmen nee ich brauche erstmal den boost hier den ich nicht kriege ja dann nehmen wir halt den boost habt ihr gebummt das ist ein bisschen Zeit kommt aber einer habe ich dich jetzt ausgespielt sorry nö nö alles gut ich habe die da nur so ein bisschen weggebummt er hatte nicht er geht nicht er geht nicht der auch nicht aber der geht jetzt der geht jetzt auch nicht oh der geht dort verdammt ja guter schutz danke die sich gegenseitig an mann salzen oder weswegen hat er den ball gehalten ich weiß es nicht ich weiß es nicht das kann doch ja sein ne ich weiß nicht ob das wir in das playstation spieler sind sehen wir es ja nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht auch wenn du es nicht was ist denn ich weiß nicht spannend der spielte noch passt okay kommst du schön also entspannt ein brain lag hat er nun reaktion okay hat er gepasst und die salzen sich nicht an diesen ja ich will noch was ich dachte der schieße selber rein oh gott wo geht der denn hin oh ja ich wollte noch ein toschi diesen arsch und kann ich nicht mehr ja jeden tag ein red wird wie in daniel schritt jahre haben wir schon zwei spiele wieder gehabt ja 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 verloren das seite wird also diese woche vier spiele zwei siege zwei niederlagen eigentlich waren wir immer die besseren so ja das ist mal so überdenkt definitiv ja also eindeutig sage ich mal wenn ihr das wird ihr das auch so seht ihr wisst was ihr machen müsst ihr abonnieren so ihr da sieben kommentieren abonnieren und auch gerne auf das gott vorbeischaut richtig richtig link unten in der video beschreibung und hier die grüße an meine kanalmitglieder an meine lauten unterstützer vielen dank phoenix vielen dank aksw vielen dank phil und vielen dank tombstone vielen dank für eure unterstützung